jo leute willkommen schon mal zur nächsten folge mit liners und turtle ich gehe in strike ein weil migrator gejoint ist ich weiß nicht ich weiß ich weiß ja nicht wo er ist also ich bin echt nervös jungs er hat halt ich habe hier das nicht haben sich unbedingt gerade eben hat vorhin ist warum gestoppt das ist lagos kiste das ist lagos kiste ja jungs ich bin halt ein bisschen nervös weil ja bevor sie hat jetzt eine vor ja ich kriege dafür einen strike im corti hoffe einfach dass ich heute nicht geschnippt werde ich hoffe und ja man weiß was die abmachung war wenn du gewinnst welches gratis fach was habe ich neu gesagt sag mal was habe ich gesagt ich muss das gewinnen muss das ja gewinnen weil da muss da muss das hatte musste mal seit was du nicht dazu ich habe mir salz fressen vor der kamera ja das war wirklich danach sind schon noch ich bin zu blöd um ihn zu sehen wo bist du wenn ich so hat ein baum und amelie zu machen ich bin mit gar nicht ich wollte von der skyline direkt in das licht in mein cup ist weißwein, weil ich sie vermiss nehmt so viele drugs doch ihre liebe war mein gift ich verlier mich in ihrem blick jetzt häng ich in der timeline um mich rum ist nicht ich bin ganz alleine doch ich weiß dass es dich gibt baby komm schon bei bei mir doch mein du willst ich nicht ich verlier mich in ihrem blick ok big moves no games puller mit der gang you du stehst im rain wollte doch nur chain in fabi low baby ich kann dich gar nicht sehen nein sun death nehmt die drugs wegen dem pain vibe das sind big moves will kein player in dem game sein lonely in the late night komm kommst du mit mir auf ein ride baby ich war doch bereit ich bin down denn ich war viel zu lange allein meine demon soll mich ein und die scars auf meinem herz fangen an zu weinen ey ich war im foreign car du hattest deinen platz in meinem heart da sind jetzt stars zu viel liquor und ab molly water in meinem glas flieg hoch flieg hoch zu den stars ich falle von der skyline direkt in das licht in mein cup ist weißwein weil ich sie vermiss nehm so viele drugs doch ihre liebe war mein gift ich verlier mich in ihrem blick jetzt häng ich in der timeline um mich rum ist nicht ich bin ganz alleine doch ich weiß dass es dich gibt baby komm schon bald bei mir doch man du nützt es nicht ich verlier mich in ihrem blick okay big moves no games pull up mit der gang you du stehst im rain wollte doch nur change oh mein gott dangerous how we tow the light push it every time my my compromise from how you say my name i see those bright blue eyes and i i weren't you tied up in my bed with my name carved deep into your chest harmless games went to my head now i want you breathing down my neck like an animal i want you to myself come on take control yeah can you hold me down smooth criminal yeah you're rushing through my veins for me going up and saying aye aye i'm feeling like you never oh my god gg aber sagst du auf gg gg-fابi gg-fabii amagot danke gg-fabii Du hast, ich hab dir übrigens zwei Speyerrüstung überlassen, ne? Ich weiß, oh mein Gott, ja. Das ist, das ist die, ähm, eigentlich eine davon hab ich ja zum Glück gegeben. Aber das ist die Folge. Oh, ich hab so viel Essen jetzt, danke, Digga. Das ging jetzt halt, also kein Problem, Digga. Power 2, ähm, AHHHHH! Das Problem halt... 6 Elfen muss?! Jaja, ich bin ja mit dem Stuff gespawnt, den ich, ähm, von der Folge hatte. Ja. Von meiner Folge 7, wo ich halt X-O-Me-Returns und Voice-Captions gefahr. 15 Elf, 15 Dios! 16 Bücher! Oh mein Gott! Und auch Scheiße für Sugarcane. Ja, ich kann nicht alles mitnehmen. Und das war halt dann unglücklich, als halt... Ich muss hin und her laufen. Oh, warum bist du so weit gerannt? Ich hab gleich... Ja, ich brauch halt irgendeinen Spot, wo ich besser fighten konnte, weil dann Fire... Ja, das macht... Oh mein Gott, nein, was soll ich machen? Und ich war halt auch gedrained und wollte halt ein bisschen defensiver spielen, deswegen... Ja, natürlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weil ich hatte eigentlich... Ach, oh! Ich hatte eigentlich Repair das Hardcore 3 gehabt. War eigentlich, äh, mega stacked für den Fight. Ja, weil ich... Aber bin halt mit dem falschen Backup gespawnt. Ja... Oh, ich lass mich jetzt nochmal... Ich lass mich jetzt auf... ähm... Weil... Nein, du lässt dich jetzt nicht dafür reviven. Doch, doch, ich lass mich auf reviven, gib mir doch ein Backup und dann lass ich mich von dir free killen. Kannst du jetzt sagen? Du sagst es jetzt. Aber... Nein, nein. Bringt eh nix mehr. Sowas ist auch revives. Äh, ich bin auch... Also ich bin halt mit dem... Äh, was brauch ich nicht? Ich brauch den Ender nicht. Ich brauch die Rüstung halt. Die Rüstung ist jetzt sau. Ziemmer wichtiger. Das brauch ich nicht. Was brauch ich nicht? Die Stacks brauch ich nicht. Die Boots weg. Du hast ein Power 2 von mir bekommen. Da kannst du jesem Power der anderen machen. Die App finde ich definitiv wichtig. Äh... Äh... Blöcke weg tun. Tu dir den Gravel weg. Ja, Gravel kann ich nicht. Und, äh... Und Holz. Äh... Ein Stack Holz. Braucht zwei Stacks. Warte, ne, ich hab... Ah, ne. Ich hab noch Strings weggepacken. Ne, Strings brauch ich. Brauch ich. Brauch ich die. Äh, drei Öfen. Und ne Schaufel. Öfelschaufel. Weg. Axt. Kann ich auch mal sagen. Pick gebrauch ich. Ähm... FNS-Kleicht. Du kannst... Du kannst... Du kannst theoretisch noch... Du kannst theoretisch, ähm... Du kannst theoretisch, ähm... Du kannst theoretisch... Das, äh... Chicken wegwerfen. Oh, ich hab keine... Oh, mein Gott. Warte. Das Chicken kannst du wegwerfen. Das ist so viel. Ähm... Water. Du hast noch Diaputs da drin. Die sind glaub ich auch noch für drei. Für zwei zwei. Boah, ich will nicht stacken. Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen alles mit. Weil du kannst... Ja, Panda mach nur ein... Mach nur ein... Mach nur ein... Und... Und crafte noch Bücher. Ähm... Ich hab noch sechs Bücher. Und noch mega viel Schuhe und Leder. Darin... Nein, 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 nein. Das ich brauch die zweite. Ich will mir gleich noch was bestimmtes machen. Da drin liegen auch noch Bücher, ne? Das... Warte. Ja, Panda. Ja. Du kannst auch nachdem du die Sache gemacht. Du hast den einen noch wieder mitgenommen. Den einen Steckloch. Wo ist das Leder? Da! Die Books. Ich brauch jetzt... Oh! Das... Das change ich. Kohle brauch ich definitiv noch. Federn auch. Anvil auch. Hast du noch Gold, Panda? Äh, nein. Ja, sonst hättest du einfach schon mal die App verkraften können. Ja, hatte ich auch vor. Warte. Was kann ich verkraften? Kann ich irgendwas verkraften? Protect... Die kann weg. Verbrennen sie aber dann. Verbrennen sie aber dann. Ich hab nichts zu verbrennen. Doch, ich hab das Lederstück kurz. Oh mein Gott, GG. Du hast echt gekreitert. Da unten waren auch noch mal Güts. Robi, willst du vielleicht jetzt enden? Nein. Jetzt hab ich mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab dir fast mein Feier geboren. Und da ist nichts mehr. Wir sind ja nicht... Doch. Ja, aber egal. Ich bin so ein kleiner Muster. Ich hab von sich ein Fenstermodus aufgenommen. Äh... Nicht im Fenstermodus Fabi, nein. Was heißt das? Ja, dass man die Umrandung sieht im Game. Ja, ich hab mit dem Fenstermodus meine Taskleiste wusste. Ja, ja, man sieht halt... Ja, das ist ja Minecraft 1.8. Und so diese weiße Leiste umscaling. Ja. Das hab ich gerade gemacht. Weil ich musste vorher auch rauszappen. Dann, äh, krieg erst. Genau. So, dann lade ich jetzt einfach die letzten Folgen, die ich jetzt auch gemacht hab. Äh, spawn war... Oh, warte. Oh, ich hab'n Kill. Ich mach' den Slender... Ich mach' den Slender unnustig. Warum? Und Bambus... Nein, Bambus, warum? Bambus, warum? Bambus, warum? Bambus, warum? Bambus, warum? Aus. Doch, doch. Minigos, waro. Minigos, waro. Minigos, waro. Platz 3. Oh, Minigos, waro. Äh, mit Luniax? Oho. Ja, ich hab' Luniax fast gekillt. Was? Ja, meine Maus war kaputt. Deswegen konnte ich nicht richtig was vertreten. Also ich konnte gar nicht was, wenn ich musste One-Typ spielen. Ähm, aber Luniax ist halt echt stark. Also das war echt schwer. Bambus. 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 Gleich wieder on-stream gehen. Da. Das war von Fischchen-Rumba. Ah, garne geile Rumba. Hast du viel gegappt? Äh, ja. Dreimal. Dreimal. Ah, okay. Äh, wo ist meine Kiste nochmal da? Schade, was ist so, wenn ich ganz... Pack, warum bin ich meine Kiste? Ach, da, da war... Da fand ich auch... Aus der Richtung kam ich. Ich... Ja, dann fuck. Scheiße. Ich hab... Ich muss unbedingt mir merken, wo meine Kiste war. Oh, oh, oh. Dein Augenlach fassen. Nein. Ah, das ist fucking nicht. Ich arbeite nicht, ich bin nicht... Oh, warte. Bin ich auf der... Ich bin, glaube ich, aus der Rest hin gekommen. Scheiße. Ja, F. Boah, ich hab dich aber mit dem Movement so krass eingeholt auf einmal. Weil... Ich hab auch einfach... Ähm... Gitter perfektioniert. Was? Ich hatte... Ich hatte... Perfektion... Perfektion des Gitterans irgendwie. Ich hab überall gezittert. Ja. Ich hab auch gezittert, aber... Ich hab auch gezittert, aber... Ich wollte... Ich wollte den Fight unbedingt gewinnen. Ja, verstehe. Ich wollte, ähm... Ja, da war die Kiste. Ich... Mir war halt irgendwie klar, dass ich... Scheiße! Ah, okay. Na, Mann. Ich war halt irgendwie klar, dass ich sterben werde, weil... 40 Gaps sind in der... Heel ist einfach so fucking krass. Wenn du... Ich hatte... Ich hatte 4 Gaps. Du hättest mich... Du hättest mich direkt irgendwann unternehmen müssen. Ja, das... Das hatte ich ja am Ende auf dem Duck vor, aber dann hast du... Warte, was hat meine Kiste? Das hier. Dann hast du eine Bicke gespammt. Was pack ich... Was pack ich... Was pack ich... Das? Ah, eines der Rostung würde ich sagen. Nein. Ich... Ja Leute, das hast du voll gesehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.